Liebe Studierende, nach der kurzen Pause können wir jetzt die Spannungsabfälle bei den jeweiligen Widerständen R1 oder R2 und C1 oder C2 als Kondensatoren berechnen, um dann explizit diese Differenz Delta U zu erreichen. Wir werden bei dieser Rechnung eine Anwendung des Ohms' Gesetzes URI, das heißt Spannung ist gleich dem Produkt Widerstand mal Strom, und werden wir auch eine Anwendung der Definition der Kapazität ermöglichen, das heißt die Kapazität ist die charakteristische Größe für den Kondensator, das heißt Kapazität C ist gleich dem Verhältnis zwischen Ladungsmenge Q, die sich in einem Kondensator speichern lässt, bei einer effektiven Spannung U. Beginnen wir erstens mit der Berechnung der Spannungsabfälle bei beiden Kondensatoren, das heißt mit der Berechnung von UC1 und UC2. Die Überlegung ist, dass im stationären Zustand, das heißt nach dem Ladevorgang der Kondensatoren, haben wir eine Ladungsmenge, nennen wir dies vorübergehende Q1 und Q2, in beide Kondensatoren gespeichert. Meine Aussage ist, dass Q1 muss identisch sein, das heißt muss gleich groß sein wie Q2, das können wir einfach als Q definieren. Warum dies? Weil nur in dieser Situation erfüllt man die Aussage der Knotenregel aus den Kirchhoffschen Regeln. Weil wenn Q1 nicht gleich groß wäre wie Q2, würde bedeuten, dass zum Beispiel in diesem Punkt hat man mit einer Äufung von Ladungen zu tun. Das entspricht einer Verletzung der Knotenregel, das ist tatsächlich nicht erlaubt. Weil beide Kondensatoren hier seriegeschaltet sind, müssen im stationären Zustand, das heißt am Ende des Ladevorgangs, die gleiche Menge von Ladung Q besitzen. Aber jetzt können wir Q aus der Definition der Kapazität berechnen, ist dann gleich dem Produkt zwischen totaler Kapazität dieser Serieschaltung von Kondensatoren mal die Spannung, die tatsächlich bei dieser Serieschaltung wirksam ist, das heißt UK, wie wir vorher schon diskutiert haben. Jetzt die totale Kapazität bei einer Serieschaltung von Kondensatoren lässt sich aus der Formel berechnen, die tatsächlich besagt, dass bei einer Serieschaltung von Kondensatoren die Inverse der totalen Kapazität ist gleich die Summe der Inverse der einzelnen Kapazität. Zusammengefasst, C-Total ist dann C1 mal C2 geteilt durch C1 plus C2. Die Kapazitäten sind bekannte Größe des Problems. UK haben wir dann bei der Fragestellung A berechnet, so dann haben wir eine Möglichkeit Q zu berechnen, das heißt die Ladungsmenge zu eruieren, die in beiden Kondensatoren, die seriegeschaltet sind in dieser Masche, im stationären Zustand, sich speichern lässt. Und dann haben wir die Möglichkeit, UC1 sowie UC2 zu berechnen. UC1 ist dann definiert als diese Ladungsmenge Q geteilt durch C1 und UC2 ist dann die gleiche Ladungsmenge Q geteilt durch C2. Jetzt bleibt nur noch die Berechnung der Spannungsabfälle bei den Widerständen R1 und R2. Allgemein, diese Spannungsabfälle lassen sich via dem Ohmsche Gesetz tatsächlich berechnen. Wir haben schon vorher gesagt, dass im stationären Zustand fließt der gleiche Strom I durch R sowie R1 und R2. Das heißt, der Strom I1 durch den Widerstand R1 muss gleich groß sein wie der Strom I2 durch den Widerstand R2 und das ist tatsächlich I, was wir eben bei der Fragestellung A berechnet hatten. Und das nach dem Ohmsche Gesetz ist nochmals gleich Spannungsabfall UK zwischen beiden Punkten geteilt durch den totalen Widerstand zwischen solchen Punkten. Das ist nicht anders als R1 plus R2. Dann haben wir explizit I1 und I2 berechnet, die eben gleich groß E sind. Das hatten wir eigentlich schon in der Fragestellung A eruiert. Und dann können wir explizit U R1 berechnen. Das ist gleich nach dem Ohmsche Gesetz R1 mal I und dann auch U R2 berechnen. Das ist R2 mal I. Und mit der numerischen Angabe des Problems haben wir dann schlussendlich sämtliche Informationen, um diese Formel numerisch auszuwerten und dann eben diese Spannung Delta U, diese Potentialdifferenz Delta U explizit zu berechnen. Die numerische Auswertung überlasse ich Ihnen mit Hilfe auch der Musterlösung. Die Frage C, das Problem, verlangt, dass wir die erzeugte Leistung in dieser Marge im stationären Zustand berechnen. Ich erinnere hier, dass die sogenannte Momentanleistung allgemein ist gleich dem Produkt zwischen Spannung und Strom. Jetzt im stationären Zustand, der Strom I nochmals fließt nur durch die Widerstände R, R1 und R2. Das heißt, wenn wir im stationären Zustand schon wieder den totalen Widerstand betrachten, dann können wir diese Formel auch so schreiben als R total mal Strom im Quadrat. Strom kennen wir aus der Fragestellung A und R total ist R als innerer Widerstand der Batterie plus R1 und R2. Wenn wir die gesamte Masche anschauen, sonst könnten wir auch die Leistung, die erzeugte Leistung berechnen, nur im stationären Zustand bei diesem Teil des Schallkreises. in dem Fall R total wäre nur die Summe zwischen R1 und R2. Und nochmals mit den numerischen Werten des Problems können Sie dann diese Momentanleistungen in diese zwei Situationen explizit berechnen. Ich glaube, diese Übung war eine interessante Übung, um eben die Definition der Kapazität des Kondensators anzuwenden, implizit auch die Definition oder sagen wir so die Aussage des Ohmsche Gesetzes und besonders war sehr interessant als Übung für die Anwendung der Kirchhoffschen Regel in eine allgemeinere Situation, wobei neben Widerstände auch Kondensatoren im Spiel sind. Und ganz interessant von einem physikalischen Standpunkt aus war auch die Diskussion im Zusammenhang mit dem stationären Zustand. das ist tatsächlich verbunden mit dem Ladevorgang eines Kondensators. Ich freue mich auf die nächsten Videoübungen mit Ihnen.